Also, ich bin bereit. Perfekt. Ich bin bereit. Es sollte starten. Sparen, Sparen, Sparen. Oh ja. Du bist so ready, Dirk. Wo sind wir hier? Ach so, hier sind wir. Na, wir sind in den Minen von Mösi erscheinbar. Die Minen. Hier fühle ich mich doch zu Hause. Ins Zwerch. Äh, oder auch nicht. Äh, okay. Was? Was gehört nicht zu dieser Bahn? Oh, einfach. Wo eigentlich ist das Ziel? Hinter der Bahn. Mhm. Okay. Ah, dort, ich sehe es. Ich glaube, es könnte hier tödlich enden. Der war etwas Schlachterschwag. Ach, Mensch. Ich verkackte hier schon mein Ernst noch. Was ist mit dem Schlachter? Der Schlachterschwag. Wir sind noch nicht so weit. Der Schlachter, das war eine Möse von Moria. Was? Was? Roll, roll, roll. Nein! Leute, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, um so eine Custom Map zu spielen. Natürlich. Jeder ist dafür bereit. Wir sind doch ziemlich scheiße. Ja, du hattest schon gerade Probleme bei der Standard Map. Wir sind doch der Standard Map scheiße, Zwergi. Das ist jetzt nicht der Unterschied. Ja, aber die könnte schon schwierige Löcher haben. Das meine ich halt. Ja, und? Und, na komm rein. Das ist doch vollkommen egal. Für uns ist so eine gerade Bahn schwierig. Ja, eben deshalb. Eben deshalb kann ich das mit Standard Maps ausprobieren. Rundfell ist das Ziel. Oh Gott, da hinten. Ich schlag einfach mal nach ganz oben. Okay, nein, das war nicht die Lösung. Gut, dass ich das Leuchten dann habe. Ah, da ist ein Loch. Oh, da sehe ich zumindest, wo ich hinfahre. Oh, und ich bin an das Ziel gelandet. Was? Ich glaube, ich muss ein bisschen drunter schlagen. Nice. Warum habe ich F gedrückt? Tja, weiß ich nicht. Drück doch mal R. Das wäre dasselbe. Ne, das ist nicht dasselbe. Doch. Weil ich mich keinen Millimeter bewegt hatte vorher. Na, dann ist es natürlich dasselbe. F bringt dich halt zum... Ehe heutzutage drücken. Wow, wie schaffe ich das? Double Bocke. Das F bringt dich halt zum letzten Checkpoint zurück und R bringt dich zum Anbau zurück. Das weiß ich. Das weiß ich, aber ich bin unfähig für diese Rampe. Wenn ich es mal drüber schaffe, dann lande ich im anderen Ziel. Tja. Wie zur Hölle schaffst du das? Ich weiß es nicht. Mensch, Mordi. Na komm. Das kriegst du doch jetzt mal hin. Offensichtlich nicht. They see me rolling, they're hated. Und ich lande daneben. Das heißt, du musst außenrum spielen. Oder drüber hüpfen. Das heißt, du musst außenrum spielen. Oh, er hat es doch noch geschafft. Ja, natürlich. Na, endlich. Hast fein gemacht, Mordi. Okay, wohin jetzt? Dort lang. Einfach mal schlagen. Wow. Okay. Crystal. Die Crystal. Das ist Loch 3. Hier ist Fahne 3. Ich glaube, ich bin in einem Loop gefangen. Äh, ja. Das meinte ich vorhin mit den Custom Maps. Ja, wow. Das kann auch offiziell passieren. Bin im Ziel. Ich spiele auch mit. Und so bin ich. Na gut. Du bist oben. Ich versuche gerade auch raus, wo genau du da eigentlich bist. Ich schnapp dann einfach so. Okay, ich sehe das Ziel. Das war schon mal nicht falsch. Oh. Ja, ich bin bei Loch 2. Ich loch dann mal hier ein. Auch nicht schlecht. Warum schlage ich in letzter Zeit so stark zu? Ich loch nochmal in Loch 2 ein. Ich loch einfach nochmal in Loch 2 ein. Okay. Warum nicht? Ich hab's geschafft. 14 Schläge, einen hab ich noch. 15 Schläge. Na komm, noch 2. Noch 2. Ich glaube, das ist das Falsche. Ich weiß. Aber zu dem anderen komm ich gar nicht erst hin. Das ist natürlich schlecht. Tja. Ich bin in dem Kristall gefangen. Alles gut? Alles gut? Das klang gerade nämlich nicht so. Es war nur ein... Ah ja. Ah ja. Oh, okay. Ich bin wieder auf der richtigen Map, glaube ich. Ja, unterm Start. Sehr gut. Einen Schlag hast du noch. Schaffst du es? Vielleicht. Hätt das jetzt funktioniert? Ich... Ich hab's sehr gefeiert. Okay, wo ist das Ziel diesmal? Dort. Hinter uns? Neben uns? Rechts an uns? Links an uns? Oh, vor uns. Ich habe den ersten Schlag verkackt. Ich bin fast mit einem Schlag rein. So, zweiter Schlag drin. Sehr nice. What the fuck war das gerade? Bei mir überlappen sich erstens Texturen, zweitens ich bin im Ziel. Sehr gut. Plus, Prof, kriegts nicht hin. Und er ist in den Guckgefangen. Ich warte jetzt mal. Ja, drück einfach F. Press F to pray, respect. Einmal mit voller Pulle. Einmal voller Pulle und dann bist du schon drin. Ja. Ah, fünf Schläge. Vielleicht bin ich diesmal hier der Gewinner. Glaubt zwar nicht dran, aber... Ich bin auf die Liste und... Äh, nein. Nö. Aber wir sind nicht mehr so weit auseinander wie eben. Wie kann man denn diese Liste angucken? Ich hab die Liste nicht. Äh, Tapp. Aha. Ups. Aha. Das war gut, bitte nochmal. Nein. Ah, da ist die Liste. Da ist die Liste. Da ist die Liste. Da komm ich sicher nicht ran. Selbst wenn ich wollen würde. Aha. Und ich bin... Ich glaube, ich hab das Level kaputt gemacht. Ich bin dritter. Und ich bin auf... Wie? Was zum Hinkommen? Was passiert hier? Ja, genau das. Bleib liegen. Nein. Ah. Ah. Yay. Ich bin neben Modi. Okay, positionier ruhig nur. Füße gepüß. Warum? Darum. Wieso hab ich das jetzt getan? Das war mal ne berühmte YouTuberin. Darum. Ja, ich weiß. Kennt ihr die noch? Nope. Nilam hieß die, glaub ich, oder? Später hieß die dann so. Das kann durchaus sein. Ja, Nilam heißt sie halt normal. Ach so, ich bin wieder am Start. Ach du Scheiße. Okay, einen Schlag hab ich noch und... Fast. Ich hab noch ein paar. Wie ist das jetzt so gefeiert? Wärst du jetzt wirklich auf der Kante liegen? Ich auch. Wo hab ich das hier passiert? Nach oben. Muss ich jetzt rückwärts nach oben? Die Rampe nach oben. Einfach hart hauen. Nach oben, Mr. Thaddeus. Und nicht zu hart. Sonst bei uns die von nach links. Ja, vielleicht soll ich beim nächsten Mal die Bounce-Tipps in der Tür unterstellen. Ja, keine Schläge mehr. Ups. Naja. Okay, wo ist die Fahne? Ich bin erster von hinten. Wo ist die Fahne? Ich rieche sie, aber ich sehe sie nicht. Ah ja, mit V kann man die Map erkunden. Was? Interessant. Äh, ja, irgendwie, irgendwie so oder so. Na komm, hol'n mon. Das könnte ein hol'n mon werden. Ah, okay, da geht's ein. Hol'n two. Oh, okay. Das schaff' ich in einem. Ja. Das schaff' ich in einem. Ich bin immer noch dritter. Ich bin sauer. Zwei. Verdammt. Ich bin immer noch dritter. Aber knapp. Scheiße. Das schaff' ich noch. Ich will das jetzt auf diese Weise machen. Na komm. Und ich hab's geschafft. Muss nicht. Schade, ich... Das ist das auch schon knapp wieder da noch aus. Wie soll ich mir das verkacken? Ich bin so schadenfreund. Okay, hier geht's rüber. Das heißt... Jo, hier geht's nicht lang. Nee, aber ich versuch' zu springen. Oh, das ist ein Loch. Natürlich an. Na komm. Okay. Ach, verdammt. Na komm, reinrollen, reinrollen. Da ist das Loch. Mit vier Schlegen rein. Juhu, ich springe. Na komm. Nice. Mit vier Schlegen rein. Hervorragend. Was? Wo bin ich? Ach da. Nein, Gott. Ich bin zweiter. Nicht mehr lange. Glaube ich. Möglicherweise. Es sieht sehr aus, als würdest du noch lange zweiter bleiben. Wenn du dich bemühst, dann kannst du es noch zum dritten schaffen. Für Ewigkeiten. Nee, ich glaube, ich werde der vierte. Vielleicht werde ich sogar noch erster. Das glaube ich zwar nicht, aber... Nee, eher nicht so. Aber zweiter bleib' ich vielleicht. Was war das? Ich glaube, wir haben gleichzeitig geschlagen. Wo müssen wir denn hin? Ach, da. Da müssen wir rüber. Verstehe. Ein bisschen schräg geschlagen, also. Verdammt. Das war ein bisschen zu weit. Langsam habe ich den Dreh auch raus. Ja, sieht sehr danach aus. Okay, das kann ich in einem schaffen. Ja, bleibt liegen. Nein, verdammt. Ich bin an dem Holzpfeil abgebounced. Wo bin ich? Das habe ich vorhin auch schon gemacht. Das ist ganz cool. Okay, ich habe zumindest ein bisschen was geskippt. Ach du Scheiße. Das war knapp. Ach du Schande. Oh Gott. Das tue ich. Nein. Das wird nichts mehr mit dem zweiten Platz. Okay. Ich sehe nur die Kaffeetasse durch den Bodenschein. Hm. Hm. Er hat genau dieselbe Farbe wie der Boden teilweise. Ach ja. Und danach jetzt, nach dem Spielen, gibt es erstmal Burger. Und aus Dietrich. Welche? Selbstgemachte. Ich meine, welche machst du dir? Äh, Cheeseburger. Geil. Na komm. So ein Endeffekt aus dem Zwölferpack und die Tiefgefrorenen aus dem Zwölferpack. Aber damit lässt sich auch schon was mit dem machen. Warte, welches Lop ist das jetzt gerade? Neun. Okay, dann müssen wir da rüber. Nummer neun ist das. Ja, da positioniere ich mich erstmal richtig. So. Äh, was? Wo bin ich? Das hat nicht funktioniert. Verdammt. Der hat eine Todeszone da hingebaut. Ja. Ich bin am Ziel. Ich nicht. Yay. Ich auch nicht. Gute Arbeit. Bleib liegen. Und ich bin drin. Vier Schläge, Junge. Nice. What the fuck? Wo bin ich? Das frage ich mich öfters. Meine größte Konkurrenz hat fünf Schläge. Okay, wir werden gleich aufzeigen. Wenn das jetzt funktioniert. Oh, ich bin wieder dritter. Oh mein Gott. Ah, scheiße, da ist ein bisschen Ding. Ich hole aber wieder auf. Du kannst springen. Das krieg ich auch wieder. Ich hab gesagt, dass ich in der Einstellung wie vorher. Nein. Hahaha. Na komm, Prof. Na komm. Mit Wumms. Von was bin ich abgeprallt? Decke. Oh. Das war dumm. Jetzt nimm doch den richtigen Weg. Nein. Zu schwach. Wenn der Mann es so machen will, dann soll er es so machen. Nee. Nein. Na komm. Jetzt prof. Das kriegst du ihn. Ich weiß nicht, ich bin von Start rüber gesprungen. Also. Na komm. Jut, so geht es auch. Okay, wo ist das Ziel? Dort. Ich würde sagen, dort. Ach, das ist doch scheiße. würde ich auch sagen da ist so eine verdammte dartscheibe hoch und dann ach was war das oh mein gott was denn ich habe etwas erstaunt ja ich kann das nicht du kannst nicht drücken ja aber ich kann dann nicht die map erkunden ich bin jetzt hier noch du musst du mit der sd noch mal die kamera steuern ach so mir kein bock ich war schon am ziel na gut was zum hinkern schaffe ich bin am ziel naja ist im ziel ich bin nicht mehr am ziel da hat jemand gerade 88 schläge ich habe 90 ich habe 69 und da ist dann bin ich vielleicht gleich doch wieder zweiter dort ist das ziel da oben ok na komm ich würde mal sagen das hüpfen reicht da nicht ganz aus nein nicht ganz bestimmt irgendwie hoch stellen aber ein bisschen wo zum geier fliege ich hier hin ok lasse die spiele beginnen was für spiele ok vielen dank ich bin von der decke abgeprallt schon wieder mann 107 ich werde wohl immer dritter bleiben mann wenn du dich bemühen wenn ich vielleicht auch noch zweiter das ding liegt ja immer noch auf dem schreibtisch rum was denn ein von diesen magischen stäben die du im endeffekt nur einen kleinen pin raus ziehst und dann leute damit verkloppen kannst also das ding ist im endeffekt klein genug dass es in der hand halten kannst und besteht aus federstahl drückst oben drauf löst sich die feder und kann das ding wird zu einem meter langen metallstab aha oh mein gott verprügelt also gerne leute natürlich wer tut das nicht irgendwie muss man ja mit erstklässlern klarkommen ja mein gott wieso schaffe ich das nicht ich muss mal erst zart prügeln bevor man sie verspeist ich bin jetzt vom stadt weg ich bin im nächsten level verdammt so werde ich niemals zweiter doch ich glaube schon da kommen so dicht hier nach verdammt meine stege verbraucht bleib drin im level du haurensohn jetzt sehe ich die prof nein den modi hey modi du hast mich etwas runtergekloppt ernsthaft wie wir auf uns in deinem ruch getroffen wann ich hab nur wasser gesehen ach verdammt du kamst an mir vorbeigeflogen und hast mich von oben geschrotten das muss ich auf eine aufnahme decken also das war die einzige möglichkeit wie ich jetzt gerade da unten auf der bahn landen konnte das ist auf meine aufnahme bestimmt nicht drauf ich bin immer noch dritter auf der bahn bin ich gerade gelandet ja ich auch so ein dreck so ein dreck wie hüpft man eigentlich so ein dreck so ein direkt da benutze ich sie war wir schon weg wunderbar schlecht werbung okay ich habe dinge getan ich habe dinge gesehen und ja ja und was war das noch mal das ist nicht ganz nie gesehen ich habe das schon ich schon ich weiß nur den spoiler halt ist ein guter film ja das einzige was ich mir von dem typen angesehen habe war glaube ich unbreakable split und glass und die chance doch noch zweiter zu werden nein ich meine dem regisseur von dem film ist ja nicht alles was denkst du von mir nur das schlechteste und wo zum ficken muss man hier überhaupt hin ich habe keine ahnung und ich versuche gerade immer noch der bahn zu folgen scheiß drauf ich gehe ins andere ziel oh gott da ist es war fast drüben darauf erstmal herziges leuchten und das war zu wenig hüpferig hier ist viel zu viel wasser für eine mine eindeutig okay ich bin drüben du das wissen okay ich kann mich doch aus den minen ja gut das ist ein zwerg jetzt nicht ungewöhnlich und ich bin bei einem loch aber ob ich bei dem richtigen loch bin ich glaube eher nicht Dinge die man im bett niemals sagen sollte bin ich beim richtigen loch ich glaube nicht ach verdammt mein gott warum krieg ich nicht genug kraft scheiß drauf ich stell jetzt bei mir du hast halt nicht die reden kraft ist halt schwach modi so kennen wir dich doch alle und ich bin im loch nice und ich scheiß jetzt auf alles und baller mir hier mit voller geschwindigkeit 145 verdammt ich werde für alle zeiten dritter bleiben irgendwie glaube ich es liegt daran dass ich kein maus pad besitze ich habe auch kein maus pad daran liegt es nicht aber ich benutze dazu eine platte an meinem schreibtisch die regelmäßig abfällt ich nicht aber ich habe auch eine billige maus die wurde mitgeliefert die wurde einfach die maus die mit zum bildschirm gehört ich habe eine 25 euro laser maus mit 18 tasten meine hat gar nichts gekostet die war im bildschirm inklusiver habe ich auch noch nicht gehört dass bei einem bildschirm eine maus dabei liegt ja oder bei der tastatur ich glaube bei der tastatur oder bei dem pc ja das kann sein die war einfach mit dabei ja gut und ich bin meinem letzten schlag und werde es im leben nicht schaffen ich ne ne eigentlich hätte ich noch gerne rucola für die burger geholt aber es war kein rucola zu verkriegen du bist jemand der rucola gern isst ich isst burger schmeckt das saugeil ne da benutze ich immer frischen salat danke ne ich kann abends nicht warm essen das kommt noch dazu zum salat achso das passt als bitternote eigentlich echt gut so dazu ne ich kann abends nicht warm essen aber es geht bei mir nicht ne bei dir ist natürlich nur ein brot mit wurst oder bei mir gibt es brötchen leckere brötchen sagen wir es mal so mit verschiedenen belagen abends die einzige zeit wo ich warm esse ne bei mir gibt es bei mir gibt es mittags bei mir ist es die einzige zeit wo ich überhaupt was esse ja gut ich meistens habe ich dann so gegen 9 uhr 10 uhr esse ich dann halt ein paar brötchen oder so auf der arbeit ich esse doch einfach frühstück und mittag ich arbeite in der logistik als techniker für eine großanlage da ist nicht so viel mit spontan irgendwie geregelte pause tja ne wenn zeit ist dann ist zeit ja so haben wir es auch eingerichtet es wird uns einfach eine halbe stunde für pause abgezogen und die können wir machen wann wir wollen wenn halt gerade zeit ist und die anlage läuft tja mein Gott nein jedem das seine und ich mir das meine so sieht es aus würde mich anschließen bei mir gibt es zwei mal am tag brötchen das sieht gut aus und einmal am tag warm ach ich mag diesen magierstab Hilfe wiii im supermarkt gab es heute fast keine brötchen mehr das war einfach das war war bei mir auch nicht viel da aber ich pack mir meistens halt irgendwas auf und die waren einfach einzel die haben sie einfach einzel verpackt also die haben sie einfach einzel eingeschweißt die brötchen weil so wegen corona oder so solange du nicht mit brötchen ankommst und dann an der kasse gefragt wirst wie viele doch das passiert regelmäßig das passiert regelmäßig an der kasse wie viel ich meine mit zwölfer packbrötchen sorry das passiert auch mein favorit muss ich war glaube ich bei floyd im podcast dass er an der kasse war mit einer mit einer packung klopapier ja also wie viele nur eins ja ab ins team mit dir zwerg das war zu weit ich fliege immer wieder zur decke ich bin schon bei zehn schlägen umheb die männer zur decke das klingt schon wieder pervers Gott sei dank ich bin endlich grob da wo ihr seid bist du nicht ich hab gesagt grob bist du trotzdem nicht da ist das ziel da ist das ziel na komm da ist das ziel ah so nah und doch so fern wo zum fick ist das ziel überhaupt äh irgendwo da hinten sag mal was war eigentlich die empfohlene schlag okay das kann man eigentlich vergessen ich drücke jetzt einfach empfohlene maximale schläge für diese map wo kann man sagen ich glaube standardmäßig sind es es variiert warte v wieder aus und fuck it ich komm eh nicht weiter ich bin zweiter ich bin zweiter 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 oh mein gott das war die ich kenne die von irgendwo her und unter umständen könnte ich sogar noch ernster werden wenn sich mein kopf blöd anstellt die nein nein kannst du nicht nicht wenn ich jetzt noch schläge machst in dieser map nee wenn ich jetzt nur noch hole in ones mache und du alle deine bälle verschließt und immer 15 machst vielleicht sollte ich rauszoomen damit ich auch was sehe nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö schläger es hätte so gut werden können ich bin aber immer noch platz 2 jetzt haben wir noch wir haben nur noch eine du bleibst glaube ich platz 2 na komm prof rein jetzt hier schade gebraucht ich drei ich hab drei gebraucht ich habe auch drei gebraucht das beim ersten mal habe ich aus das habe ich mal wieder aus der sehen die maus zu wenig bewegt auf geht's es könnte wieder ein holen man doch werden aber nicht für mich oh mein gott es gibt manche maps in denen man holen und schaffen kann den mann einfach ja davon habe ich auch eine da gibt es einfach überall solche solche beschleunigungsfilter dann machst du einen schlag und zack bist du automatisch drin da kannst du gar kein holen zu hinkriegen das heißt der paar eigentlich nicht holen zu sein aber juckt es nicht so lebt definiert ach so ist glaube ich so dass durchschnittliche anzahl die man braucht und würde gibt es auch noch das machen würde ich auch noch irgendwie ein schlag vor paar aha okay verstehe ich nicht also diese diese map jetzt hat hier zum beispiel ein paar von sechs also sechs schläge sind der durchschnitt an schlägen die hier für diese map benötigt werden das ist aber auch schon sehr von guten spielern bei uns liegt der paar wahrscheinlich irgendwo bei 16 was ich bin raus ich habe acht und das schon das ergebnis hat anlockt ich habe einen tako auf korean flag ich habe einen tako gut ich bin dritter wieso bin ich dritter wieso bin ich dritter keine ahnung schaffen wir noch eine kleine oder über eine kleine eine sehr kleine runde doch her nehme ich einfach die zweite offizielle winterland und